Norddeutscher Rundfunk 2021 Seit 2016 bin ich Fujifilm X-Fotografer. Ich habe extrem Freude, dass ich das sein darf. Ich wohne zusammen mit meiner Familie in einer sehr ländlichen Gegend in der Schweiz. Schon früher, in der Schulzeit, hat mich die Bildwelt sehr interessiert. Früher war beim Fischen für mich die Ruhe etwas, das mir sehr nahe ging, was mich auch sehr fasziniert hat. Früher war die Ruhe etwas, das mir sehr nahe ging, und ich habe gerade studiert und auch hier gehört dazu, dass man den Zeitpunkt und den Ort planen, wo man hin möchte und was man dann machen möchte. So ist es für mich heute das Gleiche mit einem Bild in der Fotografie. Der Fujifilm hat die GFX 50s eine Kamera entwickelt, die für meine persönliche Landschaftsfotografie besteht. Ich habe maximale Detailauflösung. Sie ist genügend kompakt und relativ leicht, mit einem Dynamikumfang, der extrem ist und vor allem wetterfest. Das Licht verändert sich auch in der Landschaft. Die Talies sehr schnell. Man kann Sachen erleben. Es dauert 10 oder 20 Sekunden und das Licht ist komplett anders. Das hält die Spannung doch irgendwie hoch und dazu muss ich auch wach sein. Für Landschaftsbilder verwende ich einfach absolut am meisten ein Weitwinkelobjektiv. Ich kann damit viel mehr Teufelwirkung erzielen. Damit kann ich nahe an das Geschehen oder nahe an das Objekt her. Und kann die Bildkomposition so gestalten, dass es die Teufel im Bild wirklich umsetzen kann. Manchmal nehme ich die Kamera nicht einmal aus den Taschen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es sich nicht lohnt. Oder ich habe einfach nicht den richtigen Standort gefunden. Oder es passt einfach vom Licht nicht. Teilweise nehme ich sehr viel Aufwand auf mich, an einen Ort hinzukommen oder an eine Leichtstimmung zum Zeitpunkt hinzukommen. Und damit ich wirklich so ein Bild machen kann, das speziell bleibend und ein persönlicher Erfolg ist. Das ist wichtig, dass ich immer flexibel bin. Auch wenn die Erwartungen nicht ganz erfüllt werden, heisst das nicht, dass es dir nicht gut ist. Ich versuche dort immer die Situation vor Ort zu beobachten. Für mich ist das Licht einfach das Elementarste und ich orientiere mich auch sehr stark an diesem. Bei der Fotografie kam ich durch meinen Vater in Kontakt. Zumal war das natürlich nur die analoge Fotografie. Die Spannung, wie die Fotos dann dann entwickelt werden, ist jeweils gross gewesen. Ist die Aufnahme richtig belichtet, stimmt die Qualität. Ich habe dort sehr gerne warme Farben. Das Frühmorgenlicht ist auch wirklich das, was ich absolut am liebsten habe. Ich habe dort gerne das Mystische, seine einmalige Stimmungen, speziell im Zusammenhang mit Nebel. Das ist etwas, das mich fasziniert. Das ist auch nicht so berechenbar. Was ich auch sehr schätze, ist der Kamera intern die Belichtungszeit, die bis zu einer Stunde geht. Damit kann ich auf externe Auslöser komplett verzichten. Landschaftsfotografie macht mir einfach extrem Freude. Für ausser in der Natur sein, die einzigartigen Lichtmomente in der Landschaft festhalten, bereichert mich extrem. afgilleder mich am liebsten. Angell lasse 1-2-3-2-2-4-2-3-4-4-4-2-4-4-4-5-4-5-6-3-4-4-5-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-5-6-6-6-7-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-7-6-7-6-7-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-7. Vielen Dank.